Zwischen Donau und Salzkammergut haben sich vor 15 Jahren sechs natur- und erlebnisreiche Orte im Bezirk Christkirchen zur heutigen Urlaubsregion Vitalwelt zusammengeschlossen. Das touristische Zentrum bildet der Thermenort Patschallabach mit diesen Highlights. Südsee-Therme-Tropicana, Saunawelt-Rilexium, Gesundheitszentrum Physicarium und Piratenwelt-Aquapulco. Auch Haag am Hausruck ist Mitglied der Urlaubsregion Vitalwelt. Bemerkenswert der schöne Marktplatz, einer der steilsten seiner Art. Hauptattraktion ist der Erlebnisberg Luisenhöhe. Auf dreieinhalb Kilometern führt der Weg der Sinne hinauf vorbei an 28 Mitmachstationen zum Naturerleben und Erspüren. Am Ende empfängt sie ein 32 Meter hoher Aussichtsturm mit einem herrlichen Panoramablick. Die neue barrierefreie Erlebnisbergbahn sorgt für einen bequemen Aufstieg auf die Luisenhöhe, wo die Besucher ein schattiger Berggastgarten, ein Waldspielplatz und die Aussichtsplattform Landlblick erwartet. Hinunter geht's wahlweise zu Fuß mit der Sommerrodelbahn oder wieder mit der Bergbahn. Wer das Abenteuer sucht, findet es auf der Luisenhöhe auch im Waldhochseilpark Gauruck. Von Trainern betreut bewegen sie sich hier von Baum zu Baum auf unterschiedlichen schwierigen Routen. Und auch Kinder können ihren Mut und Geschicklichkeit beweisen. In Haag erwarten sie auch schöne Wanderrouten, das Vital-Welt-Radwegenetz und die hervorragend gepflegte 18-Loch-Golfanlage des Golfclubs Maria Theresia mit traumhafter Fernsicht. Sehenswert ist das Hager Heimatmuseum im Schloss Stahenberg mit Exponaten des ehemaligen Braunkohlebergbaus sowie Arbeitsgeräten des früheren Landlebens und Handwerks. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen in Haag am Hausruck 15 Gastronomie sowie 4 Beherbergungsbetriebe. Herzlich willkommen in der Urlaubsregion Vital-Welt. Weitere Infos zu allen touristischen Angeboten der Vital-Welt-Mittlichtsgemeinden finden Sie unter www.vitalwelt.at